Und damit mal wieder herzlich willkommen zu Dark Souls. Und dann schauen wir mal, was es da mit dem anderen Aria auf sich hat. Genau, denn der Riese da oben geht mir auf die Eier. Die haben zum letzten Mal fast abgeschossen. Jetzt mal ein Problemchen. Aber unsere Ushigatana ist auch besser geworden, mein Freund. Wow, Abfahrt haben wir bekommen. Nice. Insofern haben wir auch die bessere Möglichkeit jetzt. Das war die Nachricht, die mich von dem Gegner wahrscheinlich warnt. Da richtig sneak hinter mir geht. Aber wie gesagt, wir machen mehr Schaden jetzt. Interessant, dass wenn ich auf ihn zugehe, er einfach nichts macht. Da, wenn ich hier weitergehen will, er dann schon automatisch auf mich lostriggert, wie ein Idiot. Oh, und ich kann ihn sogar wieder da woanders hin. Sehr schön. Gut. Den Missionar, der kennen wir mittlerweile. Der ist ein Arschloch. Also lassen wir ihn. Und kümmern uns stattdessen lieber um die Typen, die hier sein sollten. Wo sind die? Die können unmöglich tot sein. Gegner bleiben logischerweise nicht tot in Dark Souls, außer sie sind unique oder sie sind Bosse. Na gut, Bosse sind auch unique. Sag mal. Mit einem Angriff-Move kann ich das Schild nicht hochhalten. Merken. Huch. Okay. Vorher die zur Schlachtbank stellen, ey. So, hier vorne haben wir den Typen, der ist ein bisschen hartnäckig. Wir stehen da. Nicht getroffen in dem Moment. Ah, wir haben ihn. So, und jetzt haben wir diese Szenerie hier. Da unten könnten wir lang gehen. Aber die machen mir Sorgen, weil ich nicht weiß, was das da vor mir ist. Das sieht mir explosiv aus, wie gesagt. Das macht mir eigentlich Angst. Wenn ich da runtergehe, bekomme ich Fallschaden eine Menge. Boah, die Patrouille, da würde ich am liebsten überhaupt nicht hingehen. Wie bist du gestorben? Er ist runtergesprungen und da irgendwie gestorben. Okay. Oh, ist denn die nicht explosiv? Ich weiß nicht. Okay, sie sind explosiv, aber nur wenn, äh, Explosion sie trifft. Das heißt, ich kann die ruhig zerschlagen. Da passiert nichts. Dann machen wir das auch. Hm, wie komme ich da hoch? Ist das eine Rampe da hinten? Hm, nee, ist denn auch so ein Schrägdach nur? Ich muss die irgendwie ausschalten. Ich habe ja auch keine Begebigkeit, um bei denen rumzueiern. Ja, okay, wir haben uns schon mal einen Weg geoffenbart. Oh, hi. Du siehst ja auch nett aus, mit deinem Megatopf. Kommen wir hier zur Brücke, mein Freund. Ich denke mal, da können wir ein bisschen offener kämpfen. Oder auch nicht. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe gerade gesehen, dass der Typ so runtergekommen ist. Okay, der im Entopf war schon mal ekelhaft. Ich habe jetzt spontan gedacht, das ist auch so ein Trägeridiot, der, naja. Oh, er kommt runter. Nee, nicht wirklich. Kann ich ihn triggern? Aua. Nicht so richtig. Wir müssen mehr von diesen Idioten nix drauf haben. Hier bin ich vor denen sicher. Und bin dann wieder ganz woanders. Ah. Ich möchte aber gerne da auch die erledigen. Vor allem nicht da zum Galgen hin. Wie komme ich da jetzt hoch? Oh. Hier sind wir. Äh. Ist ja toll. Ich glaube, von hier aus komme ich da hin, ne? Wenn ich da runtergehe, irgendwie ganz komisch. Ja, da müsste ich irgendwie ins Haus reinkommen. Ich frage, wir sollen wir mal von da aus riskieren. Den Falschschaden einfach hinnehmen. Na gut, anderen Weg sehe ich spontan nicht, ne? Da war ein zweiter. Die Tinnitscherbe, danke schön. Also nehmen und springen. Puh. Zweiten Gegner habe ich gar nicht erwartet. Hier ist ein Bonfire. Das ist interessant. Das habe ich auch nicht erwartet. Ich meine, ich nehme mich gerne an, aber... Das habe ich echt nicht erwartet. Ah. Hier komme ich zu den Boys hier auch hoch. Okay. Dann trinken wir erstmal einen. Hm. Ich würde mich gut hochgehalten. Arbeiterhose. Ja, bin noch mal nicht fällig. Problem ist jetzt natürlich, ich muss jetzt hier wieder runter. Das heißt, wieder unten. Ich fahre Schaden, so gesehen. Naja, ist halt so. Weil vielleicht kann ich ein bisschen tricksen. Naja, in dem Sinne, dass ich gerade in der Luft stehe. Na okay, so fies ist auch hier nicht. Wir haben den Bonfire. Wir können uns jederzeit hier wieder aufladen, wenn wir wollen. Gehen wir mal hoch ins Haus. Mal gucken, was da so ist. Und dann haben wir jetzt zwei Wege. Ja, zur Auswahl. Hier vorne ins Plateau rein. Huch. Ist echt was schon weitergelaufen. Das ist mir nicht so schlau. Eine kaputte Kathedrale, so wie es aussieht. Ist es etwa Pyromant? Die Typen da hinten, oder die waren gewiss Pyromanten. Sind das sowieso Standardsprüche, die man dann schreibt? Ist das etwa oder sowas wie Hurra auf? Na ja. Wird eben auch sein. Was haben wir denn hier so? Ich hoffe, irgendwas Sinnvolles. Hallo? Eine Handachst. Wer bist du denn? Aha. Unkindled, sind wir? Willkommen zu meinem Haus. Ich bin Cornix. Ein altes Pyromantzer. Ein Kroner in seinem Kugel. Wie Sie sehen, jetzt. Aber hier sind wir. Ein Erkrankung für die Ägern. Ich höre, dass die unkindleden für feine Wessel sind. Wollt ihr ein paar Pyromantzen von diesem alten Mann lernen? Ist das jetzt gut? Unterricht und Pyromantie? Ich meine, wenn man ein Pyromant wäre, würden wir auf jeden Fall Ja sagen. Da kommt ein bisschen strange vor. Ich sag mal Nö. Na gut, immerhin bildet er mir immer noch eine Möglichkeit an. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Bestimmt als Pyromant selber ist das eine gute Idee. Aber eke jetzt so? Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Ich weiß jetzt spontan nicht, was mir das für Vorteile bringt. Was haben wir denn hier so schönes? Hm, der ist unbekannte Reisende. Der ist aber übel gestorben. Aber gut, lass uns mal hier unten weitergehen. Da scheinen wir noch eine Menge freies Areal zu sein. Vor allem eine Menge Deppen. Ah, da sind wir das letzte Mal herumgerannt wie ein Idiot. Weil irgendwo da oben der Riese ist und mit seinem Bogen schießt. Aber hier interessanterweise nicht hin. Wir können zur Kathedrale hochgehen. Da ist ein Passant, glaube ich. Aber hier vorne habe ich irgendwo eine Patrouille auch gesehen. Mit zwei Hunden und so weiter, ne? Ja, genau hier auf der Brücke waren die. Da ist so ein Typ mit einem Topf. Den haben wir schon kennengelernt. Der ist nicht so günstig zu bekämpfen. Was machen die beiden Doggies denn da? Auf mich warten anscheinend. Na gut, dann weiß ich, was mich um die Ecke direkt erwartet. Oh, ich mag sowas. Also, man hat die ja auch früh genug gesehen, alles klar. Hi. Dann war doch meine Ausdauerleistung mal ein bisschen schneller vorbei. Na gut, ich mache zu viel Deckung. Aber ich kann nichts dafür. Ich bin momentan so oft so ein bisschen getrimmt. Vor allem, weil es ja funktioniert. Okay, du bist einfach zu besiegen, das weiß ich. Du holst aus und verkackst. Da ist ein Hund, den würde ich gerne triggern. Hey, Doxter, komm mal her. Vor allem, weil die Dox einfach zu besiegen sind, so. Glut. Können wir hoffentlich auch mal einsetzen. Komm her. Wir machen das brav nach der Reihe. So, der da oben, der läuft bestimmt dann mit seiner Scheiße rum. Aber hier haben wir eine kleine Lücke. Mit nix. Hm. Gut, dann er hier. Schön. Eine große Tür mit ne Menge Nachrichten. Voraus ist ein großer flugverderbter Baum. Lässt er aber nicht von dieser Seite öffnen. Hier im Bauch befindet sich ein Wandlungsofen. Ein Wandlungsofen? Irgendwie sagt mir das etwas, noch von dem damaligen IP, was ich gesehen habe, aber... Ich hab keine Ahnung mehr, was das sein soll. Ich weiß, es war cool. Aber ich hab null Ahnung, was es war. Entschuldigung, keine Ahnung mehr. Das wird wieder blind sein, komplett für mich. Na gut, hier vorne nochmal aufgeräumt. Da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen wirklich da runtergehen, zu den dicken Leuten da. Und bei den HP-Anzeigen sind wir nicht mehr ganz so gut drauf. Wenn wir aber überlegen, am Bonfire wieder weiterzumachen... Wir könnten ne Menge Gegner sparen, auf jeden Fall. Das ist klar. Du lebst doch noch, oder? Ne, dann bist du von oben runtergefallen. Boah, das sind ne Menge Gegner. Hier vorne ist noch ein kleiner Durchgang. Wo geht's denn hier lang? Ist die Leiter safe? Die Leiter scheint safe. Okay. Ratten. Mobgegner voraus. Okay, Ratten sind nicht schlimm. Na gut, gehen wir ein bisschen weiter, würde ich sagen. Hier ist einer gestorben. Zestus. Ah. Der Nebel mag mir nicht gefallen, genau wie so wenig wie das da oben. Trio voraus, deshalb versucht Köder. Naja. Verschlossen. Darf ich mir auch schon, weil Nebel und so. in die Seele. Wow. Das ist ein großes Vieh. Gut, Bissring. Aber das große Vieh hat nicht so viel ausgehalten. Das machte man damals bei den Peeper Dark Souls extremst aufgefallen. Es sind teilweise Gegner dabei, wo man sich denkt, holy shit, die sind richtig groß und richtig heftig. Aber sie halten nix aus. Sporengriffe benötigt. Ah, wir haben einen Shotcut damit eröffnet. Das ist gut. Sinnlos. Das will ich selber checken, ob das sinnlos ist. Ich traue dir nicht. Aber es ist in der Tat sinnlos. Okay, ich traue dir doch. Da war die kleine Kanalisation, also nur zum Shortcut, ja? Okay. Schlüssel voraus. Oh, das ist glänzende Vieh wieder. Das kann ich mir versuchen zu holen. Hier haben wir das eine Bonfire. Wobei, warte mal ganz kurz. Die haben eine coole Abkürzung mitgeschaffen. Pass mal auf. Wir machen jetzt hier einmal sitzenbleiben. Gehen wieder hoch. Gehen hier durch die Kanalisation. Können hinten weitermachen. Denn hier haben wir jetzt noch diese komischen Ratten als Gegner. Also, diese große Ratte, da um genau zu sein. Oder ich ignoriere sie, gehen hier drüben einfach runter. Ne? Bei. Nehme ich mir die drei hier vor. Oh Gott, für eine Sekunde dachte ich, ähm... Hört auf mit der Scheiße. Gut, die machen nix. Das ist ein bisschen Schaden. Naja gut, unnötig. Aber nehme ich halt hin. Wow. Hi, Hundi. Naja, bye, Hundi. Hab nicht erwartet, dass hier ein Köter rumhängt. Nein, der... Der wird nicht gelernt haben, wie man hier hochkommt. Ein Passant. Komm mal her. Ich möchte gerne nämlich da hinten vorbeigehen. Jetzt müsste ich so schon mal sterben. Der Hund geht anscheinend auf Patrouille. Blut. Du bist ein Passant. Dornen sind Items. Nur von hier runter zu springen, wäre er tot. Da läuft ein bisschen nah rum. Was laufen hier für Leute rum? Ich meine, sie sind Zeit mit den Regenbega-Töpfen. Triggern wir mal ein. Cool, wir triggern. Nice. Nett, dass du das auch machen kannst. Das ist ein Passant. Locker bleiben Manchmal lässt er sich von meinen Schlägen beeindrucken, manchmal nicht Okay, das haben wir ganz gut hinbekommen, würde ich sagen Zwei Estus auszugeben, dafür dass sie beide gleichzeitig nicht zukamen, war das ganz gut Feind voraus, aber Vorsicht vor Geschoss Wer schießt denn hier noch? Jetzt auch nicht der Rüse, schießt er ja auch noch runter Das wäre mega ekelhaft Hi Ich habe schon zwei von deinen Brüdern getötet, ich will nicht nur einen dritten erledigen Seele Feind voraus Der da so schwer am Atmen ist, gehen wir mal leise Den kann ich anscheinend gut umgehen Scheiß Doggy Hör auf um mich herumzulaufen Gott, sehr nervig gewesen Ich meine Doggies sind nicht so tragisch, aber Köderschädel, oh nice Aber das war gerade absolut ekelhaft, wie der mich herumgesprungen ist und der andere sich dann denkt Ja okay, dann greife ich dich jetzt gleich an Ich glaube da wäre, ja okay Da war der Fokus jetzt nicht ganz so gut gegen, weil ich immer einen Nicht im Fokus hatte Aber ohne Fokus ist das noch schwieriger gewesen Noch eine Tür So eine große Was ist das da? Also ein Typ mit einer großen Waffe Einfach nur, okay Äh, bist du ein Gegner? Du bist nicht mal ein Gegner Hallo Wer bist denn du? Hm Ein anderer von diesen unkündeltes, oder? All you, all you faceless undead Behaving as if you deserve respect Hm No matter Heed my words If you've any sense You'll go find a coffin to huddle up inside You, here In this land of hollows You're like a frail maiden on the frontlines If like the others You're fool enough to play the champion Then go on ahead Traps right past the abandoned church You'll face death And it won't be pretty Enough death to leave you broken Time after time Kein so lustiger Geselle anscheinend Liebe voraus Vorstoß hat benötigt Da ist zumindest ein, äh To-Sein gesperrt Okay Komm auch nicht so richtig runter Na, wir können doch hierhin zur Kirche gehen Er sagt mir auch, ich kann reingehen Werde nur den Tod finden Okay Ich mag den Tod Ist ja nicht so, dass ich wirklich sterben kann hier Ich werde immer wieder belebt Ich dachte, der ist gerade aufgestanden, der Typ Du bist kein Gegner Äh, okay Alles okay mit dir? Ja Ja Hast du niemals nach einem White Birch gezogen, nur um einen großen Arsch zu beobachten? Na gut, wenn ich nicht falsch bin, kommen sie von dieser Tauern. Wer es ist, bin ich sicher, dass ich sie ein paar Worte sprechen kann. Aber ich muss einen Weg nach oben finden. Und das ist nur das Problem. Oh, dieser Rätsel geht nur runter, du siehst, und... Na gut, das kommt mir nicht irgendwo. Hm, hm... Ciao, du Loser! Oh, da war ein Areal, wo wir hingehen konnten. Da ist jemand gestorben, der ist bestimmt hier runtergefallen. Eine Seele... Und hier sind wir jetzt hoch, weil da wo der Riese ist, ja? Na, das ist ja ganz gut. Oh... Freund voraus... Der ist mein Freund? Na, er wollte mich zumindest umbringen. Hätte ich nur... Riese. Hi! Äh... Frieden schließen? Ich helfe irgendwann. Das war's? Ist ja nicht so, dass ich mit dem Krieg war oder so was in der Art. Das war's? Ich schieße mich jetzt nicht mehr ab, oder wie? Will ich ja immer hoffen. Jetzt gucken, ob er noch ein Item versteckt ist. Ist ja immer noch gut möglich. Nö. Okay. Einfach zufrieden schließen? Ich wette, den kann man auch rumbringen und vielleicht um ein Item von hierher ziehen. Ähm... Aber nö. Wenn das alles gewesen ist. Ich hab jetzt mit dem Frieden geschlossen. Geil. Gerne. So. Lass mal gucken. Hier vorne wäre grad ein Areal gewesen. Genau hier. Was haben wir denn hier? Hinweis. About what? Was ist das denn da? Bei der merkt mir immer so gar nicht gefallen, der Typ. Vor allem, weil er kein Bonfire ist und meine HPs mich grad nicht mögen. Äh, wie komm ich denn nicht wieder runter? Hehe. Gar nicht so richtig, ne? Und da springen wir mal ein Tod. Soviel ist klar. Äh. Oh! Was ist denn das Rätsel, mein Freund? On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought. Then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I have a steady hand, but that thing makes my skin crawl. Now now, think twice before you go down that road. I could try talking some sense into him. What? No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. Hmm. Hmm. No! 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 You should have waited! Well, it's too late now. Shit. Oh! Er kämpft mit mir. Das ist cool. Wow! Wow. Einfach nur wow. Wow. Okay, das hat mich ein bisschen überrascht. Vielleicht bin ich noch ein bisschen zu small, um den anzugreifen. Blöd nur, dass meine Seelen tot sind. Wortwörtlich tot sind. Denn an die 3000 Seelen komme ich nicht mehr ran. Das ist ein langer Weg, den ich gehen muss dafür. Den werde ich aber schaffen. Ist ja nicht das Problem. Aber ich trigger ihn sofort, wenn ich die Seelen bekomme. Naja, sie sind weg. Naja, egal. Haben wir doch nochmal gestorben in dieser Session. Mit dem Riesen haben wir Frieden geschlossen. So viel ist klar. Hoffentlich schießen wir mich jetzt nicht mehr ab, wenn ich hier lang laufe. Und ja, ich würde sagen, wir gehen diese Route weiter. Mal gucken, was da so ist. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.